Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ego Thüringen. Ich sehe gerade unser Kurs der Fahrer macht Mist. Er fährt quer über den Acker vom Nachbaracker, also schon fertig ist. Ich habe es aber nicht so eingestellt. Jetzt holt der Platz weg. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob er eingestellt ist. Ich bin hier mal gespannt, was er jetzt macht. Ob er jetzt Sackgut holt und Dünger. Das war ja bei einer Runde, da habe ich aber keinen Kurs eingefahren bzw. nicht programmiert. Also die Eintracht auch noch weiter hier, die erste. Dann ist die nächste gleich wieder voll. Ich muss nicht ganz verstehen, was er jetzt macht. Ich weiß es nicht. Na ja, er will ja. Im Grunde ist es ja nicht verkehrt, aber ich habe es noch nicht eingestellt. Man würde auch da nicht hinfahren, dann muss ich gleich eingreifen und dann separat voll machen. Also das ist ja sonst nicht so praktisch. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat, was er einprogramm ich da will. Also ich habe da nichts gemacht. Zwecks Dünger holt oder Kalk oder Sargut. Kalk, Quatsch, aber Dünger und Sargut. Das sind zwei Nachbarn werden. Dann hat sich der Nachbarn entschieden, wer zurück in das Auto ging. Die Regen haben gesagt, das ist eine extrem hohe Menge. Na gut, da fahren wir mal zurück. Dann fahren wir dahin, wo er aufgehört hat. Dann werden wir mal Zeit drücken hier. Die Folgen zu kurz werden, nur so lang. Sollte schon um die 18 Minuten sein. So. Ich danke nochmal allen zu zuschauen. Ich würde mich freuen über das andere Abo. Und vor allem mal wiedersehen. Besonders. Hoffe ich nerve nicht. Ich weiß ja sehr süß, wenn ich schaue, ab und zu mal vergesse ich zu liken. Klicke ich auf zurück und mache nochmal. Und ich gebe kurz ein Like. Tut mir nicht weh und würde euch auch nicht wehtun. Ja, hat er schon wieder irgendwas nicht gemacht. Eine Bahn. Na gut, was solls. Wo hat der aufgehört? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube hier. Ja, genau da. Mach ich schon wieder eine Bahn. Doppelt. Sieht so aus. Nichts verstellt. Nichts gemacht. Ich denke, sobald man irgendwo eingreift. Pfeil. So, dann ist jetzt Feld. Ach, je. Kopieren. Ja. 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 Links, rechts, links. Komm, mal auf. Kollege kommt. Pfeiler, die gelben Bahn wieder auch. Das ist ja irgendwo so ein Kurs. Irgendwo ein Wurm drin. Gleich hin mit dem Glück sind bald. Ach nee. Na gut. So nacharbeiten. Im Grunde kann man natürlich nur eine Saat konzentrieren. Entweder Aussaat oder wir ernten. Also beide zusammen. Ist ja fast womöglich. Aber wir versuchen das Beste auszumachen. Mal schauen, dass wir jetzt mal hier die Nähe gemacht bekommen. Und dann können wir weiter schauen. Wie gesagt, die erste geht viel runter. Das Ertrag ist sehr hoch. Kostet ja auch Geld. Wenn die stehen. Kostet ja auch Geld. Ja. Durchdrehende Reifen. Dreh auch gleich durch. Über den Baum und Wege. Ein bisschen noch Geld zum zweiten. Graschen. Den dann leeren. Wie gesagt, Kostplay ist noch eine Beta-Phase. Da kann es noch nicht perfekt laufen. So leckert doch keiner, ne? Das sind die Umstände ungünstig, sag mal so. So, wenn wir da einen zweiten Hänger nehmen. Ah, dann trinken wir mal einen Kaffee. Oh. Wie geahnt. Das machen wir hinterher. Dann nehmen wir noch einen Rest ab. Sonst nähert er gleich wieder. Bevor er hier eine Kurve abhaut. Gut, passt schon. Okay. Das ist ja natürlich ungünstig. Das heißt, Bäume müssen dann glauben. Aber gewaltig. Die Birken, wo sind meine, mein Traktor mit der Fräse? So, wenn wir mal ganz kurz. Soweit ich weiß. Ich weiß das nicht mehr. Der macht es richtig. Dann arbeiten wir halt mal hinten nach. Gleich mal, ne? Wenn wir mal schauen, wie die Pfeile aussehen. Dann können wir genau urteilen, wie dort hier die Richtung sein muss. Das heißt, zu mir hoch. Also rückwärts fahren normalerweise. Dann fahren wir vorne ran. Und machen die erste Bahn nach. Wenn wir mal schauen. Na ja, bei den großen. Wie bei den großen Feldern, da musst du ja mit mehreren Geräten arbeiten. Jetzt zu Not auch einer gerecht. Zu Not. Wie sagst du am Anfang? Ist das so? So. Schau mal. Rechts. Ist richtig. Und man hätte normalerweise machen müssen. wo man jetzt hier genau da anfängt, ob man jetzt läuft. Mal zurück. Als nächstes mal weg. Mal zurück. Na arbeiten muss man sowieso, aber nicht überall. gut unseren laden werden LKW ist der LKW. Ich muss mich angewöhnen. Schade, dass es nicht so viele Funktionen gibt wie Einige Fahrzeuge gibt es noch nicht, aber ich habe den nicht. Auf Pause schicken. Woraus? Wir wollen Namen. Deine Gaben. So 1, 2, 3, 4. Ich frage nochmal 7, 7, 7, 7, Mittwoch. Fehrlichen Mittwoch, wenn ich mich nicht verrechne. Weil die Auffahrer. Bauchstremd. Das heißt, rein rechne das. Knappe Stunde. Schauen wir mal, jetzt Acker hier fertig. Das wäre praktisch, ne? Das wäre sehr praktisch. Naja, präzis mit alles anders. Da wird alles nachher geregelt. Da kann man sich entscheiden. Aha, was mache ich jetzt im Herbst? Was sehe ich da aus? Weizen zum Beispiel oder Gerste oder Raps? Dann kann ich mir noch im Frühjahr entscheiden für Soja oder Mais oder Sonnenblumen. Das kann man dann nur im Frühjahr aussehen, wenn die Temperatur passt. Denn wenn es nämlich zu kalt ist, dann sieht es nicht so aus wie jetzt, wie abgeerntet. Da muss man mal aufpassen. Die Cosplayfahrer sind ein bisschen rabiat, die vor allem in Haufen. Da müssen wir ein bisschen... naja, ist auch nicht fertig, sag mal so. Ich habe vom Programmieren keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, ob das viel Arbeit macht oder wenig. Wahrscheinlich viel. Ich finde eigentlich, solche Sachen gehören eigentlich dazu. Zum Spiel, meiner Meinung nach. Kann ja jeder deaktivieren oder aktivieren, wie er möchte. Ich persönlich hätte es ganz gerne. Entschuldigung, wenn es geht, funktioniert. Mit dem Auto funktionieren. Das eine oder andere kann man sicherlich... Ja, da muss man so weit zurückfahren, das wäre ja blöd. Zwei Hänger ist zwar gut, aber für... Wie voll ist der? Kann man nicht erkennen, doch. Ja, wenn wir hoch reinfahren, das ist natürlich blöd. Aber anders kommt man nicht durch. Zum Hänger. Mittlerweile... Mit Glück erkennt er, dass er auch nicht läuft. Dann anhält. Aber ich muss da... Na ja, mal schauen. Da noch wieder fertig. Tausend, tausend. Da habe ich die Hoffnung, dass er wenigstens den anderen erkennt und anhält. Ich staune das schon. Das schon klappt ja so weit wie ein Verband. Ja. Das ist der erste Wegpunkt, ne? Ja. Das ist der erste Wegpunkt, ne? Das ist der erste Wegpunkt. Das ist der erste Wegpunkt. Das muss ich ja nämlich überholen und schwatten. Das ist ja wunderlich möglich. rechts das möchte ich wo sie den partnermann vorlauf lassen ich muss mich beeilen, dass ich den anderen vorwärts komme ich muss keine Wälder noch stechen weil er müsste eigentlich den mal jetzt überlisten, halbwegs und zwar scheiße klappt nicht so wenn er... ja das ist ja geil der ist voll, das ist auch nicht voll rechts macht der andere der muss ich umstellen speichergeber und keks aber muss ja auch sein muss ich den roten ein bisschen vorn auflassen und dann muss ich den anderen Kurs fahren lassen wir haben ihn zu einfach mal einmal... oh jetzt ist ein kleines Darnofall rein bin ich hier ungünstig zu sehen dazu finde ich das guten jetzt muss ich mal ganz kurz bei mir was ändern die Sonne ist zu aggressiv mit dem Filter das klappt dann nicht so hinter mir ist auch Sonne zu viel Helligkeit zu viel Helligkeit aber die Folge ist gleich zu Ende aber die Folge ist gleich zu Ende ich denke die sind jetzt hier auf fahr durchsichtig so wir legen auch durcheinander wir müssen mal schauen wie jetzt im festen fahrer fahrer ja das heißt hier auf der lebten Seite der erste Punkt da wird auch gelesen da seid mal schüße wegen der Winkel ich hoffe es hat euch gefallen Ich würde mich freuen, auf Wiedersehen, sage ich mal bye-bye.